Servus, grüß dich! Calciacanera, willkommen zu euch! Flatway Tour! Wir spielen noch zwei Dates in Österreich. Eins in Wien, ja, meine Wiener. Und eins bei euch in Tirol, in Innsbruck. Wir wollen mit euch zusammen das Inntal zum Wackeln und das Goldene Dach zum Einsturz bringen. Also, kommt vorbei, sichert euch jetzt die letzten Tickets in Innsbruck. Wir freuen uns auf euch! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. eliõ Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann.